Ja hallo, hier ist Susanne Riekes Himmelreich. Ich grüße dich. Wir sind hier auf Sardinien und wir bieten regelmäßig auf Sardinen Seminare an, aber auch Einzelcoaching und Therapie. Und das ist ein wunderbarer Ort, um dich selber zu finden, zu spüren, Sachen, Dinge loszulassen, was einen wirklich begrenzt und gleichzeitig das Beste von einem selbst zu erträumen. Wenn du weißt, dass du Architekt deines eigenen Lebens bist, weißt, wow, wie sieht mein Leben jetzt aus, was will ich ändern. Und diese Kraft zu haben, also nicht nur die Vision zu haben, sondern die wirkliche Energie aufzubringen, das zu realisieren. All dieses zeigen wir dir hier auf Sardinien. Wir freuen uns auf dich. Aloha!